Und weiter geht's bei der dritten Episode von The Wolf Among Us und wir müssen noch immer Lillis Sachen finden, wobei wir nicht die schlafende Schönheit hier wecken dürfen. Wie auch immer wir das anstellen sollen, ich schätze mal hier bei den Kisten herumscheppern wäre mal keine gute Idee, wobei drauf gucken kann ja mal nicht schaden. Ach, Bigby, ich hab gesagt, drauf gucken und nicht antatschen. So, was haben wir hier noch? Na, gucken wir mal. Das sieht mal nach Zeug aus, nach dem richtigen Zeug. Oh, sie hebt ihre Hand. Jetzt könnten wir es eigentlich nehmen. Okay, die Optionen sind jetzt weg. Sonst doch irgendwas. Die Toilette kann ich nicht, na dann. Her damit. Was ist da jetzt drin? Ich glaube, sie ist aufgewacht. Oh, Woody. Woody, ist das du? Ich bin nur hier für Lilly's Dinge, Holly. Geh zurück zum Schlaf. Bigby. Bars closed. Und, Entschuldigung, aber ich bin nicht in der Lage, um zu enttäuschen. Aber was ist das? Ich weiß, dass du nicht verlassen kannst. Tja, das ist nun mal Teil des Jobs. Was haben wir hier? Ein Foto und eine Flasche Wein. Na, dann gleich mal betrinken. Uh, 1934. Ein guter Jahrgang. Ach, wir sind doch die besten Freunde. Die Freunde, die es gibt. BFFs sozusagen. War das Lilly in Menschengestalt? Ich weiß es nicht. Und noch mehr Zeug. Was ist denn das? Sieht ja ekelhaft aus. Eine Brosche. Ich schätze mal, das Buch wird das Wichtigste sein. Also gucken wir da als letztes natürlich rein. Hat mir so ein Teil nicht schon mal gesehen. Hm, naja. Ich schätze mal, Herr Scheriff. Ein Mann, der, der hat das gemacht. Hm. Sie und ich haben eine Geschichte. Eine Schleifunghörige ist kein Grund, Bigby. At least es nicht ein guter. Ich werde sicher noch einige Fuckups haben, aber naja. Telefon. Gute Frage. Na, geh ran, Bigby. Gran wird sich nicht beschweren. Wie geht's? Hast du nichts? Ein Buch an, mit ihren Kontakten. Ich bin nicht sicher, welcher ist die Witch, aber... Es ist verrückt. Diese Leute, die sich immer aufzunehmen. Bevor ein paar Tage vorhin... Gute Chance, dass du diese mit den Räumen in der Geschäftsbeziehung kannst? Vielleicht sie in der Nähe. Ja, aber wer weiß, wie lange das dauert. Du solltest versuchen, nach Kräne zu gehen. Ich sagte, Buff kann da sein, um zu schauen. Bluebeard, du kennst. Oder du kannst es in der Tweedle zu tun? Just make it quick. Hmm, was machen wir zuerst? Crane oder Die und Damme? Ach, zuerst Die und Damme. Wir müssen wahrscheinlich sowieso schlussendlich zu allen drei Plätzen, also... Egal. Der Tweedle Brothers Office. Hey! Was macht denn der überhaupt hier? Oh, hi. Sheriff Bigby. Great, great to see you. I don't know if you remember me. I've seen you around, but you may have forgotten. I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for... How many years now? Heh. I think I've lost count. But you know, Crane... Let me go. Recently. Oh, yeah? Yeah, I mean... It's no big deal. So, what brings you here? I mean, can I help you with anything? Das kannst du sicher. D or dumb? They aren't here right now. I'm not sure when they'll be back. Have you seen a witch come by? Um, I don't know. Sometimes. Really? Who is she? Do you know where she lives? Uh, I don't know her name or where she lives really. She just sometimes drops stuff off for the brothers to deliver. Deliver to who? I've never had any reason to see for myself. Sorry. It's been a quiet night so far. I think the Twins are out. Probably working on a case. Sometimes I don't see them for days. They gave me the job after Crane told me to get lost. They said I was just in the way. Where is the wrong place? Oh, right this way. I was going there next anyway. I can let you in if you want. You can make sure to them there. Sure, thanks. No problem. And when the two are not there, is it even better. I think I have to look around. Uh, well, I guess that would be okay. I wasn't really asking for permission. Right, you're the sheriff. I just don't want to get in trouble or anything. I'm sure it's fine. I mean, they never told me not to let you in. It's official Fable Town business. Don't worry. Right. Let's see if they have a file on Crane. Well, this is the first thing I thought... Well, I'm not sure if they have a file on Crane. But I'm sure I'd like to see the other ones. I want to see the other ones. Do they say they're super beauty? Georgie has an interest. ? Shit. Who is Branigan? That's your name. That's what I thought. Ah, das ist sie. Bleib ein Blick auf sie. Ich möchte jetzt aber auch nicht eher noch mehr dazu ins Detail gehen. So, und dann noch die Akte zu Crane. So, das ist sie. Warum hat er so schlecht gemacht? Findet ihr etwas? Nicht was ich brauche. Ich weiß, dass diese Leute manchmal abrösen können. Aber sie sind nicht so schlecht, wenn man sie wissen. Und sie sind wirklich interessiert. Sie sind sehr schwer. Sie sind sehr schwer. Aber du bist an das. Wie heißt sie helfen? Sie sind detectives. Jemand kann hier mit einem Problem kommen, und sie machen ihren Besten, um es zu lösen. Wie D. erklärt das, Es ist wie, wenn jemand ihre Kette verloren hat, dann können sie sie umsetzen, um es zu lösen. Oder wie manchmal, sie bekommen die Pakete für Menschen. Sie können wie Couriers sein, weißt du? Du meinst für Menschen, außer der Witch? Oh ja. All kinds. Ich komme zu denken, ich weiß nicht wirklich, wo sie sie behalten. Anyway, ich sage nur, du sie nicht wie ich sie behalten. Natürlich, Flycatcher. Okay, was haben wir noch? Wir können mit Fly noch eine Runde quatschen. Oder hier. Lollipops. Ich will ein paar Lollipops haben. Her damit. Don't touch. Ich will trotzdem einen haben. Verdammt nochmal. Mit Zigarnschachtel. Ein Schlüssel. Äh, nein. Frage, wo gehört der Schlüssel hin? Hm. Na, quatschen wir mal nochmal mit Fly. Vielleicht hat er noch ein paar Informationen für uns. Es ist nur, sie haben so viel für mich getan. Oder auch nichts. Na dann mal einen Blick in die Inbox. Drei Bruder Dumb. Ich liebe Bruder Dumb. Ich liebe Bruder D und du, ich weiß es. Ich liebe Bruder D. Was ist das? Sie haben ihre Brüder. Siehst du, ich wusste, dass du nichts findest. nichts von Interesse, insofern. Sie sind die Detektiv. Wie ich sagte. Sie versuchen, eine Honestes Leben zu machen. Ich finde genug. Ich sage nur, was du sagst. Schau. Just trust me on this. Tweedledee und Dumb are not nice. They're not helping anyone. Well, they help me. Okay, great. They help you. That's one person. Now please, just let me concentrate here. Du bist gerade ein bisschen unfreundlich, Dick B. Kann ich in deiner Situation aber auch ein bisschen verstehen, dass du ein bisschen gereizt bist. Brother Dumb. Couple of Freaks. Das ist sinnvoll. Was, wenn du sie falsch bist? Ich bin nicht. Sie sind falsch verstanden, sicher. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was die Leute sagen, über sie ist wahr. Ich meine, du weißt, wenn ich das denke, Sie sind nicht so anders. Sie helfen Menschen, Sie helfen Menschen. Sie helfen Menschen. Sie helfen Menschen. Nicht, dass es etwas von meinem Geschäft ist, aber... Lasst uns eine Sache direkt. Sie sind nichts wie ich. Big B? Scheiße. Es gibt etwas hier. Ich weiß, dass es gibt. Es muss sich sein. Es muss sich sein. Warum gibt es nichts... Weil sie leiden zu dir, okay, Flycatcher? Das ist das. Sie sind nicht detektivisten. Sie sind Schäuern. Schäuern. Big B, was passiert mit deinem... Was? Oh. Hmm. Das kam wohl ein bisschen ruppig rüber. Oh. Oh. Na, danke für die Info. Na, danke für die Info. Na, da mal rein ins Schloss. Und wo zur Hölle geht's hier hin? Natürlich in einen dunklen Gang. Das ist wunderbar. tenderer. Oh. 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 Ah. Es ist immerhin ein Beweisstück. Kann ich hier nochmal reingucken? Oder ist das was anderes? Na sicher doch. Seit dem Crane hat mich verlassen. Ich meine, ich kann trotzdem arbeiten hier, aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht. Well, Crane ist weg. Ich... Ich kann nicht sehen, warum er nicht zurück nach den Wurzeln. Really? Das wäre... Danke. Kommt nach dem Geschäftsbund. Ich kann keine Prozesse machen. Right, natürlich. Ach, das wird schon. Es ist Schnee. Schnee-white? Warum... Wir haben diese Schnee in der Lillie-Glamour gefunden. Anti-Greenleaf. Das muss wohl die Wurzeln, die Crane benutzt. Ich glaube, D und Dumb haben die Schnee für Crane bekommen und sie zu senden? Das ist nicht ein leckeres Wurzeln. Anti-Greenleaf. A-G. Das ist es. Ist da ein Telefon hier? Ich muss die Schnee. Genau da. Dann mal schnell telefonieren. Business Office? Ich weiß, wer sie ist. Dann schnell hin. Und haufenweise Fragen stellen. Und vielleicht... ein bisschen die Wohnung kaputt machen. Was höchstwahrscheinlich passieren wird. Ja, ich auch. Es ist Nummer 23. Ich habe es noch nie gesehen. Ja, ich weiß. Das ist es. Okay. Wie willst du das machen? Hörst du nichts? Wenn jemand da drin ist. Sie sind sehr kalt. Warte, warte, warte. Was machst du? Was sieht es aus? Nicht nur in die Tür. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite ist. Lass uns das letzte Resort für das letzte. Okay. Okay. Was würdest du mir machen? Ich weiß nicht. Hörst du? Ich meine, wir haben keine Ahnung, was hinter diesem... Hallo. Hi. Du wachst mich. Sorry. 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 Die Intrusion. Ich hab nicht festgestellt. Ich wusste nicht, dass das Haus der Hirn was. Na well, Dorothy, es ist. stakespald. Dorothy ist eine Frau. Und auf mich. Und wenn ich noch weniger sicher in meinem Mannschaft habe, kann ich es als insulten. Was ist dein Name? Rachel? Was ist dein? Nur damit... ... dass wir nicht strangers sind. Ich bin Big B, aber ich weiß nicht. Ich bin froh, dass du dich kennenzulernen. Wie machst du? Es ist... Es ist... Es ist etwas, was du brauchst? Es ist die Mutter Greenleaf in Hause? Sie live hier? Sie sagen, meine Mutter? Sie wissen, die Nachtstand levitieren, ... sie verbringt Töne... ... und so etwas? Nein, ich würde nie meine Mutter das nennen. Sie fühlt mich gut. Ist es etwas, was du willst? Ich glaube nicht, dass ich dir wirklich helfen kann. Rachel? Kannst du mir nur einen kurzen Weg nehmen? Wir werden sehr schnell. Und er wird nichts zu tun. Nein, das kann ich nicht. Versprechen. Na, wenn das mal nicht nach Hexe gehört. Niemand hat hier gewesen. Ich wette... Sie ist auf die Greenleaf. Das ist mal meine Vermutung jetzt. Crane... Sie können hier immer noch sein. Huijuiuiui. Hier gibt es über einiges. Ja, versteckt sich dahinter wer. Niemand hat... Hm, ist da eine Klappe in der Wand? Es ist niemand hier aber mich. Hier sieht es anscheinend aus. So aus. Hm. Hier ist noch eine Tür. Was haben wir hier? Rekordplayer. Okay, dann ist die Kleine anscheinend nicht Auntie. Oder das ist ein gut gefälschtes Bild. Was ist das? Mama benutzt das, um sie schrauben. Es ist aus dem alten Welt. Schrauben? Wie Glammern? Nichts, das sieht, wie Crane hier war. Nichts? Sieh! Es ist ziemlich rar, einen Börner wie dieser sehen. Doughty. Das ist, wie wir es lieben. Ah, okay. Ich mag die Kleine überhaupt nicht. Oh nein, sie hat nie... Das war in den Walden rund um Dick's Mountain. Ich denke. Ich sah einen Spiegel da drüben. Oh? Wie lange dauert ihr, dass es sein wird? Ja, okay. Das war's. Schon mit Gequatsche. Na gut, aber dann würde ich sagen, bevor wir durch diese Tür schreiten und sehen, was sich dahinter verbirgt... Nein, mag ich nichts. Brokkoli. Äh. Naja. Bevor wir durch die Tür gehen und sehen, was sich dahinter verbirgt, was ich gerade schon gesagt habe, bla 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 bla, sage ich, ist mit dieser Episode zu Ende. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich. Nicht technisch.